Mich kann es bald in Fortnite geben! Zwar nicht als Skin, aber als Spray. Dafür brauche ich aber eure Hilfe, Leute. Denn ich bin einer der 22 Teilnehmer im offiziellen Fortnite Community Battles Event. Das Event geht eine Woche, also bis zum 28. November. Und der Creator, dessen Community am meisten Punkte sammelt, der bekommt einen eigenen Spray, der in Fortnite reingetan wird. Und jeder von euch, der mir dann dabei geholfen hat, wird den Spray umsonst bekommen, Leute. Ihr müsst einfach diesen Inselcode von mir benutzen und den Spielmodus spielen. Das ist ein Zombiespielmodus und ihr müsst einfach nur Punkte sammeln. Wir schaffen das bestimmt, Leute. Das würde ein Traum wahr werden lassen. Wirklich. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr für mich Punkte sammelt und ich werde mich bei euch bedanken.